Das machen wir am besten mit einem Stein. Seht ihr, der Docht ist zacknudelt und den Stein werfen wir jetzt so drauf. Aber Vorsicht, nicht verbrennen. Seht ihr, jetzt ist der ganz stabil, der Docht unten am Boden. Und den hängen wir jetzt. Vorsicht. Seht ihr, da ist der Docht und der Stein. Und den Docht eins am besten so lange heben, bis die Kerze fest ist. Das ist so schön. Aber wie gesagt, der muss ja nicht gerade sein und von dem her kann man den jetzt so lange, wie es so flüssig ist, erst mal an den Rand legen. Schön mit Wachs eingetränkt. Und dann so ablegen. Schön mit Wachs eingetreten. Schön mit Wachs eingetreten.